Musik Praise the Lord, Prophet of the Lord. Praise the Lord, Pastor Raymond. Now, this is what the Lord says. Praise the Lord, Pastor Raymond. Dies ist, was the Herr sagt. Jetzt. Der Herr hat mit mir gesprochen. In dieser vergangenen Nacht. Der Herr sprach mit mir über ein großes, großes Ereignis, welches kommt und stattfindet. Nochmals, diese vergangene Nacht. Der Herr sprach mit mir über ein Hauptereignis, welches stattfindet. Auf der Erde hier. Ich sehe eine sehr riesige Explosion. Es wird eine sehr riesige Explosion geben. Und ich sehe, in diesem Traum zeigte der Herr mir eine riesige Explosion. Und in diesem Traum sehe ich sehr viele Rauchschwaden. Von sehr schwarzem Rauch. Eine Rauchwolke. Und diese Wolke kommt, schwellt sich auf am Himmel. Und bedeckt ein sehr großes Gebiet. Und nochmals, es sieht mehr aus wie chemische Waffen oder Chemikalien, die explodieren werden. Sie sehen mehr aus wie chemische Waffen. Nun, nochmals. Der Herr hat mit mir in einem Traum diese vergangene Nacht gesprochen. Es wird eine riesige Explosion geben. Und es gibt schwarzen, dunklen Rauch. Rauchschwaden von dieser Explosion. Und dann Chemikalien. Zerstreut sich in der Luft. Zerstreut. Der Rauch. Zerstreut sich in der Luft. Es sieht mehr aus wie eine Explosion durch chemische Waffen. Oder eine Chemikalie. Aber dies wird die Erde heimsuchen. Dies wird auf der Erde passieren. Und ich weiß nicht, ob dies zwischen Israel und Syrien passieren wird. In einer Weise, dass Syrien chemische Waffen auf Israel zielt. Aber nochmals, ich sehe eine riesige Explosion. Ich weiß nicht, ob es chemische Waffen sind. Aber den Rauch, der von dort quellt, zeigte der Herr mir im Traum. Dunkler Rauch. Sehr, sehr dicht. Dunkel. Es sieht aus wie Chemikalien. Chemikalien. Und dann quellt dieser Rauch an. Also ich wundere mich, ob dies Syrien ist, wo sie versuchen, chemische Waffen auf Israel auszuüben. Oder Israel wird die chemischen Waffen attackieren und sie schlagen und sie zerstören. Aber es wird eine riesige Explosion geben. Welche eine riesige, riesige Wolke anquellen lässt. Von dichten, dunklen Rauch. Und dann zerstreut sich der Rauch in die Luft. Dies sind die Zeichen, über welche der Herr, der Messias, zu uns sprach. Dies sind die Zeichen von der großen Not, welche die Erde zu dieser Stunde besuchen. Dass wenn wir diese Dinge sehen, dass sie passieren, dass wir anfangen, uns ernstlich vorzubereiten. Sich in Gerechtigkeit vorzubereiten. Und Heiligkeit. Und die sexuelle Sünde beendet. Die Unmoral beendet. Die Politik in der Gemeinde beendet. Das Wohlstandsevangelium beendet. Die Geldliebe in der Gemeinde. Die falschen Propheten Apostel. So dass sich jetzt die Gemeinde für das glorreiche Kommen des Messias vorbereitet. Mögen diejenigen, die Ohren haben, zuhören. Die Stimme des Herrn. Er hat gesprochen. Und wenn diese Dinge eintreten, werdet ihr wissen, dass wahrlich gewiss, der Messias kommt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!